Äh, wir schauen uns Dead Rising 4 an. Baby. Seid ihr aufgeregt? Story. Grabenschwarzer Freitag. Schwer. Normal. Was ist denn? Schwer, Baby. Ich bin Zombie-Experte. Oh, es ist laut. Ah, was zum Teufel? Frank! Frank! Hey, hey, wer ist da? Komm schon, Frank! Frank! Ich war im Krieg, weißt du? Ja, da habe ich mich vielleicht um vier bis sechs Schnell vertan. Moment, sterbe ich im Tutorial? Moment, ich sterbe. Okay, wie soll ich mir... Oh mein Gott! Ich bin Glück, tot. Kein Knutsch, Fleck! Es war nur ein Traum. Immer mit der Ruhe! Nein, wo waren jetzt das andere? Hier. Was heilen? Heil. Mach! I'm ready. Oh me, danke für die zehn Euro. Yo! Yo! Vielen Dank für den Support. Danke für die zehn Euro. Merci. Okay, ich verstehe nicht, wie soll ich denn hier ausweichen eigentlich? Wie ist denn hier das Prinzip so? Wenn ich mitten in der Meute bin, was ist denn? Gibt es denn einen Track? Was hat mich gerade erwischt? Ich bin gleich tot. Oh, hinter mir ist... Ich bin tot. Eine Schlüsselkarte, um sie alle zu knechten. Bingo. Ist das ein Labor? Du machst Notizen? Ich mach Fotos. Was heißt hier zu weit weg? Was ist denn das für eine Kamera, die das nicht von der Nähe... Was ist denn? 300 Tanke, mal wieder Last Christmas hören. Yes! Last Christmas... I come on. Was ist denn? Ist das von meiner Singerei? So, ich hab nur drei. Was is'n? Da weint jemand. Wir haben, was wir brauchen. Aber der ist dann so markiert. Ich hab mir echt keine Zeit für irgendjemanden, der weint. Fuck das! Was soll das denn? Diese Rührseligkeiten in der Zombie-Apokalypse kann kein Mensch gebrauchen. Das klingt nicht nach weinen. Wer so weint, hat sie nicht alle. Alles wird gut. Alles wird gut. Vertraut mir. Und blastern! Warum ist verschlossen? Yo! Explosion! Mir geht's nicht gut. Okay, ich bin schon tot. Okay, ich kann echt nicht... Oh nein, ich hab die Waffe gewechselt. Das wollte ich nicht. Meine Explosions! Ich freu mich echt, wie ich in der Meute hier überleben soll. Nur so nebenbei. Ja, was is'n! Da! Geh rein, da! Was is'n! Ah ja, jetzt wird's geschlitzt! Ich glaub, ich muss immer treten, oder? Ich muss mich auf dem Leib halten. Oh ja, geschnitzeltes! Mit Spätzle! So esse ich mein Schnitzel! Wer zuckt hier noch? Gibt's noch irgendjemanden, der zuckt? Da zuckt noch was! Steigt drauf! Geht's im Ernst? Wie kann ich ihn? Am Boden? Was is'n? Huh! Plupp! Lady! Das ist eine gute Frage, auf die ich jetzt keine Antwort habe. Das könnte die Torsteuerung sein! Noch ein Couch-Lotz! Also, ihr Intelligenz-Bolzen! Mir läuft ein Eindringling Amok, und das wird Commander Fontana überhaupt nicht gefallen, wenn wir das zulassen! Also, Schnauze halten, Ausrüstung anlegen und los! Alles klar! Alles klar, Sir! Viel Spaß, Jungs! Nom, 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 nom! Feuer frei! Feuer frei! Feuer frei! Feuer frei! Feuer frei! Feuer frei! Ups, mein Fehler, sorry! Mahlzeit! Snacks! Geh, den Mengi, Snacks! No! So viel Blut! So cute! Oh! Snap! Oh! Double Snap! Schleine Häppchen gibt's hier! Was? Oh, shit! Ich nehm natürlich die Gitarre! Was is... Ich bin musikalisch gebabbt! Begabt! Was is'n? Im Reden weniger! Es tut mir leid! Wenn ich sie rette, dann liebt sie mich! Ich bin unterwegs! Ich bin der einzig männliche Überlebende in dieser Welt! Sie muss mich lieben! Es bleibt dir gar nichts! Ich bin hier! Was heißt... Wer ist Bingo? Mit wem betrügst du mich? Molotow! Is coming! Ah ne! Wie schmeiße ich den? Ich schmeiße den! Hilfe! Ich schmeiße den! Drei! Nein, drei... Drei Stück hab' ich! Wartet! Auf G, wir schmeißen! Genau! Das hab' ich... Okay, das war jetzt weniger! Ich hab' nen Stuhl! Ich komme, Baby! Au! Okay, das hast du nicht gesehen! Ohne dich wär' ich hier krepiert! Danke, Mann! What the fuck? Ich... Was bist'n du? Ey, ich hab' nen Fisch auf der Armbrust! Es sind so viele! Du! What the fuck is? Okay! Gäb' ihm! Sieh' mir niedergefischt! Wo bin' ich? Oh! Oh! Shit! Es sind zwei hier! Ne Hummerwumme! Oh yeah! Was die wohl macht! Ich werd' echt schnell weg vom Fenster hier! Okay! Die Hummerwaffe! Wartet! Ah! Ah! What the fuck? Ah! Shit! Oh, Scheiße! Ich hab' keine Heilung! Hier kommen wir nicht rein! Nein! Cool! 3 AP! Was is'n? Alter, warum bin ich so schnell da? Help! 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 Wie ist denn? stunned! Moin ich vor sei! Version Karma brauche ich nicht! Oh! Na, was ist endlich proof! perform asse is mein Vor acontece57L und reiEe! Folge auf! Summa, ich bin keen! ATHare hat einfach was ist so schnell da? Wir inte Glen! We beaucoup! Passt! Vielen Dank.